Oh, Akku. Mitnehmen. Und natürlich nach unten fallen. Das war mal... Skill war das. Wir können hier eh nix alles holen, aber ich glaube, hier ist sowieso nix, ne? Ganz immer auch gekürzt. Wow. Guck mal, Mr. Turtle vor die Cam. Nee, der bleibt im Wasser. Ach, fick dich doch, Crash. Du darfst kein Soja essen. Hitbox des Todes. Alter. So. Nochmal. Alle sterben. Oh nein, das ist dieser Dreiersprung, oder? Nee, war doch nicht der Dreier. Da war schon wieder dieses Geräusch. Oh. Määauuu. Määauuu. Äh. Das war Glück. Oh. Schon wieder! Böchtet es? Das ist jetzt aber der Dreier, ne? Ja. Ah, da kann man sich in der Mitte hinstellen. Das ist gut. Ah. Nee, war nicht der Dreier. Alter. Alter. Hallo GamerPro 202, oder? Hello. Woah. So, jetzt aber mal langsam hier. Das kann doch nicht dein scheiß Ernst sein. Raste mal aus wie Dennis. Nee. Kann ich nicht. Das ist nicht dein scheiß Ernst, ey. Zurück kann man immer noch 22 schleben. Oh. So. Jetzt aber. Jetzt Hammert. Was. Das reicht. Ich kann ja nicht. Töne. Wir sehen uns jetzt mal'n. Du musst dich machen. Ja, lass mich ausziehen. Nächste. Ja, lass mich rausnehmen. Ach, guck mal, ein Leben. Gott. Ich glaube, hier noch einmal hoch und dann sind wir fertig. Glaube ich. Hoffe ich eigentlich. Ja, die brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Ich bin so ein Held. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja, die Kisten können mich mal. So. Jetzt sind wir wieder im Dreier. Was ist denn so dabei? Rick? Ein Dreier-BMW. Schön tiefer gelegt. Insel Nummer 2. Up the Creek. Wieder mit der schönen Musik. Frohe Spiel. Warum ist das da? Was hat das für eine Bedeutung? Das macht keinen Sinn. Ach, Timetrail. Okay, ja. Dann macht es Sinn. Dann macht es Sinn. Das wird auch noch spaßig, hier die ganzen Zeitsachen zu holen. Ja, da war ich. Da habe ich gepennt. Flach gelegt und nicht tiefer. Rick hat noch nicht geschrieben, ne? Für alle Shen. Ich habe eindeutig gedreht. Last of Us, Assassin's Creed, Saints Row 3, Dark Souls 1, Darksiders 1, XCOM. Ne, da ist nichts für mich dabei. Ich dachte schon, da wäre irgendwas cooles dabei. Also, da sind schon coole Sachen dabei, aber... Das meiste hat er sowieso Dennis. So, jetzt hoffe ich aber mal, dass wir das jetzt hier rüberher auf die Kette kriegen. So, verzieh dich. Und da ist schon der nächste Checkpoint. Eieiei. Ich wollte gerade fragen, können wir hier alles holen? Ich glaube, ja. Lustig, dass die Äpfel hier wiederkommen. Äpfel sind Lumpafrüchte. Bäh. Ich weiß nicht, ob wir hier alles holen. Ich kann mir erst so wenig... Ich kann mir echt so wenig... Ich mag Hack. Christoph, du denkst gerade... Momentan ist heftig, ne? Nur ans Essen am Denken. Wir hatten eben Fischstäbchenbrötchen selbst gemacht. Yum, 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 yum. Schön mit Salat. Mit Salade. Na gut, hier gibt es nochmal eine ganze Ecke Kisten. Ich sage zu Äpfeln aber auch öfters Wumpafrüchte. Also jetzt so zu echten Äpfeln. Muss man sich mal angewöhnen, irgendwie Wumpafrüchte zu Äpfeln zu sagen. Aber wenn dann sehen das... Aber wenn dann sehen das... Kinder sehen das eher aus wie Mango oder so. Also Wumpafrüchte sehen eher aus wie Mangos. So ein bisschen. Ich mag das nicht, wenn man sieht, wo man hinspringt. Nicht hinspringt, wo man nicht... Ach, egal. Eins, zwei, drei, vier, füt. Ach man, das ist doch das einfachste, wo gibt. Christoph und Dennis hatten ja vorhin Telefonsex. Ja, in der Küche. Oh Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir haben es. Ich finde, so überreif sieht das gar nicht aus. Jetzt müssen wir hier nochmal lustig abpassen. Wir konnten ja doch alles holen. Das ist ja nice. Ach Gott, schon 24 Prozent? Ich glaube, das kann man auch so einstellen, dass das... Dass das da stehen bleibt. Müsste man eigentlich einstellen können. Oh. Ripper-Ripper-Roo. Oh nein, Hochzeit. Können wir nicht irgendwo anders heiraten? Was war das denn? Oh, da geht die. Ist die? Ja. Cool. Das macht eine Raute, ne? Ja. Ne, macht keine Raute. Jetzt machst du die Raute, ne? Ja. Schade. Knapp. Ich weiß nicht, wie das hier mit dem Dings ist. Ja. Boah. Bis zum nächsten Mal.